Herzlich Willkommen über Zeppelin. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hallo, freut mich sehr. Seitdem über Zeppelin und Caterpillar, muss man dazu sagen, auf unserem Messestand. Wir sind ja einer der großen Aussteller auf dieser Messe, traditionell auf der Bauma. Für uns die wichtigste Messe überhaupt in unserer Branche, aber speziell auch für unser Unternehmen. Wir haben unseren Hauptsitz, einen unserer Hauptsitze in Garching bei München. Also quasi ein Heimspiel für Zeppelin mit unseren großen Maschinen, unseres Partnern, das Caterpillar. Wir sind seit 1954 der Exklusivpartner von Caterpillar und der Importeur dieser Maschinen mitsitzt in Bayern und verkaufen diese Maschinen in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Österreich und große Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Das sind also die Gebiete, die wir... Es gibt ein tolles Buch von Guareschi über Don Camillo in Russland aus den 60er Jahren. Und da hat er einen Caterpillar besichtigt in Moskau und da haben die Kommunisten gesagt, das hätten sie selber gebaut, das sei ein herausragendes Beispiel der sozialistischen Industriekunde. Und da stand groß Caterpillar drauf. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Das müssen wir uns merken, wenn wir wieder in Russland sind. Und wir sind natürlich voller Erwartung hier auf der Bauma. Wir rechnen damit, dass es eine neue Rekordbauma wird. Das sieht ganz danach aus. Die Bedingungen sind ja nicht schlecht, auch wenn insgesamt, Sie haben ja kürzlich darüber gesprochen, die wirtschaftlichen Daten etwas sich eintrüben zurzeit. Aber in der Bauindustrie sieht es natürlich nach wie vor sehr gut aus. Und wir sind sehr zuversichtlich, was dieses Jahr angeht und auch was die nächsten Jahre angeht. Und es wird viel gebaut. Es muss viel Infrastruktur erneuert werden. Und wir haben das Zeug dazu, sagen wir. So, in der Freistaat Weinerlein hat eine Investitionsquote von fast 14 Prozent im Haushalt. Fast 14 Prozent Investitionsfreien. Und da ist Bau natürlich ein ganz entscheidender Antrieb. Die investieren auch viel dieses Jahr. Es war halt eben nur im letzten Jahr so, dass der Haushalt erst fertig wurde, als das Jahr vorbei wurde. Und deshalb wird das alles in diesem Jahr erst wirksam. Egal wann es wirksam wird. Sie brauchen die Baumaschinen dazu. Ja, wir sehen das ja, wie lange das teilweise dauert. Und man muss sagen, die Bauindustrie hat natürlich auch Kapazitätsengpässe, wie fast alle Industrien. Leider im Moment ist es größt. Wie lang sind Ihre Lieferzeiten für die Maschinen? Sehr unterschiedlich. Also ich sage mal so kleine Maschinen, so Mini-Bagger. Das geht schnell. Die haben wir in der Regel sogar am Lager. Aber es gibt Maschinen, da sind wir im Moment schon im November, Dezember. Das heißt, wir haben teilweise wirklich acht, neun Monate Lieferzeit. Das ist auch der Grund, warum viele unserer Kunden schon vor der Bau mal sich entschieden haben, auch Maschinen zu ordern, wegen der langen Lieferzeit. Wir haben auch Engpässe in unsere Niederlassung, dann die Maschinen auszustatten, auch wie in Garching. Wir suchen auch hier dringend zusätzliche Mechaniker, tun eine Menge. Man kann so wahrscheinlich sehen, wir machen sogar Werbung an U-Bahnen, in Kinos, um zusätzliche Mechaniker für uns zu gewinnen. Das gelingt uns auch ganz gut, weil der Name Zeppelin Caterpillar auch einen Wohlklang hat und es gelingt uns immer wieder auch wirklich gute Mitarbeiter für unser Unternehmen zu gewinnen. Wir haben mittlerweile rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt, Zeppelin alleine. Also das ist schon eine Menge und sind damit die Nummer eins in unserer Branche. Wir sind natürlich auch ganz stolz darauf. Wir wollen natürlich besonders die Zeit jetzt auch nehmen für uns hier und zum Vorstand von Caterpillar und sein Kollege Armin Ionessi, auch Vorstand von Caterpillar. Also die Hälfte des Caterpillar-Vorstands aus den USA ist angereichbar. Are you American, Flemish or Dutch? I'm Flemish actually. Der Lange ist ein Flemish name. Ein hartes Willkommen auf diese Tentonstelling. Danke. Für den hast du gelegt, dass ich anwesend bin. Danke. I know, dass Herr Meier spricht Niederländisch, ne? A little bit. Yeah. Only speaks only. Das ist bekannt, ja. Und der Lange. Das ist auch meine 13. Danke.